Okay, Papierblatt, zack. Violett, hellblau. Gelb, hellblau. Violett, blau. Hellblau. Okay, Violett. Wow, wow, wow. Hellblau. Gelb. Hellblau wieder. Violett. Dann blau. Dann hellblau. Mein Gott, das war voll knapp. Drei Sekunden, oh mein Gott. Wow. Dann können wir hier weiter. Den Namen suche ich der Hand, die in plötzlich verstecktem Sand. Krabber, die Mumienhand, genau. Mein Gott, ich bin gerade aufgeregt. Ich überspringe es. Andere schlafen im Bett. Wo finde ich es nachts denn nett? In einem Nagelbett. Genau. Oh, ich werde sie bespringen. Wie viele Noten brauchst du dafür, um zu öffnen? Die erste Tür. 50, 50. Oh, danke. Wir haben es geschafft. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe schon jetzt extrem überzogen. Ja, nee. Das seht ihr noch. Mir langsam hier das Unheil schwarnt. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich sterbe. Ich strebte nur nach einem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Ich... Mich nie... Mich niemals jemand fangen kann. Schau dich lieber den doofen Abspann an. Okay, jetzt kommen die... Jetzt haben wir eigentlich Tuti gerettet. Kazooie! Was meinst du? Welchen Preis suchen wir aus? Nimm die Puppe! Nimm die Puppe! Nimm die Puppe! Nee, nee, nicht dich. Nee, dich wollen wir gar nicht. Halt die Fresse. Nimm die Puppe! Was für ein komisches Ding. Nee, die Puppe. Da riss die Puppe. Und die Waschmaschine, die ist auch... Man könnte die Puppe in die Waschmaschine nehmen. Man könnte die Puppe in die Waschmaschine tun und dann wäre die Puppe sauber. Cool. Benjo kennen wir jetzt nach Hause gehen. Ich habe für heute genug Abenteuer. Ja, du hast gar nichts gemacht. Du bist ja nur ein bisschen rumgestanden. Klar, lass uns hier verschwinden. So. Jetzt kommen die Credits, glaube ich. Grundtäller. Chief of... Chief of Ideas. Greg Grunty House. Oh, wie toll. Wir haben das Spielfeld. Jetzt können wir abschalten. Und das Let's Play so mit Ben. Nee, Quatsch. Wir müssen nach Grunddienst sieben. George Blubber. Okay, die Entwickler nennen sich nach Leuten im Spiel. Chief Keyboard Tapper, Chris Snacker, Sutherland. Cool, Ginger. Deputy Keyboard Tapper, Morgan Baselbaum, Brarson. Brarson. Brarson, Brarson, oder? Deputy Keyboard Tapper, Paul B. Kluger. Marke, Jacky. Aber komm, ich will das nicht sehen. Das katt mich an. Oh mein Gott, das kann auch reden. Choo-choo heißt das. Tap hier die Keyboard Tapper, Graham Snipped, Blab, App. Stammablaschen, warum sind die alle Keyboard Tapper? Keyboard Tapper. Konga-Kogel. Konga-Kogel. Whoa. Chipsy. Chimpy. Chimpy. Ich komm nicht auf Chipsy. Ey, wie episch. Wetten, das nimmt den ganzen Part in Anschaffung. Mozart. Und das ist Captain Blabar. Chief Scribblers. Steve Dingpot. Der Kessel Dingpot. Das ist Nippa. Nippa's Schrand um ein Catoony Bitsen. More Scribblings. At Ginger Bryan. Wenn ich eine Figur wären würde, dann wäre ich am liebsten. In welchem liebsten? Klanker. Nee, Quatsch. Wer wäre ich am liebsten? Ich glaube, ich expected. Mumbo. Der muss doch nichts machen, der muss er! Der muss er! Der muss ihm so!」 Und dann binden. Und dann bist du in einem Haus warten. Und da kann er TV gucken. Mr. Weil und mein Gott. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Tiapot. Big Nose Noisemaker. Okay. Ich würde das auch gerne gratis, also so spielen, um zu testen, wie das ist. Hey, das erste Teil haben wir schon. Warum hast du es? Das ist ausgeklärt. Gibst zu. Roblin Hood, Mr. Valhael, Postzimmer, und schon mal ein Schaum, mal ein Schaum, mal ein Schaum. Ja, hola, mein Schaum. Ich drücke hier schon die ganze Zeit A. No Waf3, Ply, aus, hot, big butt. Big butt. Oh mein Gott, groß ist Arsch. Trunker, Trunker, du bist eigentlich auch schon gewachsen, dass du noch so viel reden musst, wenn du doch so durstig bist, du Armehund. Oh mein Gott, der labert voll viel. Patrick Tree, Heath, Tyler. Oh mein Gott, ey. Gobi. Paper, Pasha, Simon, Logo, Farmer. Logo! Das ist die Toilette, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, du Rabi und Tarts. Okay, das kleine Viech da, das kommt bei Banjo Tree, kommt das auch vor. Das hab ich vergessen zu sagen, als ich da war. Und Mozart, mein Held. Word Swapping, Clouds, Mid-Champion, Moisey, Murder, Chimbrr. Ich weiß nicht, wann ich Banjo Tree anfangen werde, also ganz sicher nicht direkt danach, wenn ich hier das Let's Play fertig habe. Aber ich glaube, ich mach da eine kleine Pause. Ich muss erst noch Cave Story fertig spielen, ich bin da irgendwie so... Ich glaube, diese Woche gibt's fast keinen Parts, weil ich grad so... Schon zwei Stunden hier am Banjo Kazooie zocken bin und jetzt hab ich gar keine Lust mehr, da bei Cave Story noch aufzunehmen. Also alle Cave Story-Fans, die das schauen. Ja, ne, die Woche ist ja eigentlich schon vorbei, weil ich das diesen Part hier hochladen werde. Naja. Na, ich seh' dann mal. Also ich will, ich werde nicht nach Banjo, wie werde ich mich Cave Story wetten, also keine Sorge damit. Da werde ich dann auch, äh, schauen, dass ich ein paar Parts pro Tag hochladen kann, damit ich das auch schnell mal fertig habe, das Spiel. Das ist wirklich cool. Irie! Okay, der ist jetzt ausgeschlupft. Nap Not. Copyright 1998. Nintendo Rare Ltd. Game by Rare TM. Produced by Rare. Presented by Nintendo. Okay, danke an alle Leute, die das erstellt haben, weil es ist wirklich ein geniales Spiel. Und jetzt können wir Banjo Kazooie. Beeilung, ich will nach Hause. Ja, ich auch. Komm. Keuch. Schnauf. Es geht nicht schneller. Oh mein Gott, ne riesige Teufel. Halt, wir haben eine Karotte ausgelassen. Ne, die habe ich ganz sicher nicht besiegt. Das wäre erledigt. Das ist die gar nicht getroffen. Hey, ihr beiden. Lasst uns mal. Hä, hat die gar nicht getroffen. Okay. Genau, jetzt steigt die Party. Hey, was geht ab? Ne, das geht ab. Wir feiern die ganzen. Okay. Oh, cool. Ey, der Fisch. Ist das nicht der Fisch, der da im Wasser war? Oh. Bär und komisch Vogel. Mumbo viel geholfen, Hexe zu besiegen. Ach komm. Ja, aber ohne meine coolen Moose, Herr Tutsi, hätten sie es nie geschafft. Yeah. Vorsicht, Freunde. Benjo und ich sind die wahren Helden dieses Spieles. Ja, wir müssen eigentlich nur noch die Contender besiegen. Was steigt hier denn für eine Party? Die Hexe ist entkommen. Mach dem Grauen ein Ende. Oh mein Gott. Ja, du sagst Tuti. Und schon wieder Masterman Takkbutis muss ich auch noch da hochlaufen und die besiegen. Ich habe keine Lust. Und ob du Lust hast. Auf in den Kampf. Los, jetzt geht's los. Okay, und ich treffe euch im nächsten Part wieder. Ähm, ja. Ich muss der Kessel nicht aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Zeit habe. ich habe glaube ich noch genug Zeit ja das ist eh schon der zweite Part in diesem Spiel also im Quiz oh mein Gott das ist das ist das ist die Treppe vom Intro ich habe sie treffen und das ist hier der Kessel okay 810 okay man müsste doch ja ich treffe euch hier ich treffe euch hier beim nächsten Part okay tschüss ähm speichern am Ende sicher und wir haben es nicht geschafft und jetzt ähm da wir Tutti befreit haben kommt das tolle Outro nicht mehr und so schade eigentlich seht ihr es ist weg also tschüss